Jetzt bin ich dann hier wieder unten, ey. Ich muss auf... Was ist das denn? Ich komme nie auf diesen scheiß kleinen Vorsprung. Ja, was ist das denn? Was wäre denn überhaupt? Hey, dein Freund, willkommen zurück zu Minecraft Sammelspielen. Wir sind auf Minecraft-Server und heute machen wir mal diesen Run da hinten. Dafür gibt es 1000 Gems, wenn man den schafft. Wo ist Christian? Ist der auch gesagt? Ich fühl mich... Ja, Chris ist da, Chris ist da vorne her. Ich bin erst mal schön von der Insel gejumpt. Oh, 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 und was muss man jetzt... Wo fängt das an? Das fängt hier hinten an und du darfst nicht aufhören zu rennen. Auf das Ding, ja? Und du wirst zurückgesetzt. Oh, alter. Ach, der Schlava-Parcours-Start. Das einzige, was ich weiß, ist, dass man tatsächlich wegen suspicious movement da gekickt werden kann. Na gut, das kennt Peter ja auch schon. Wo lang? Ich weiß auch nicht, wo ich da hin muss. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich eine Kurve machen soll, wenn ich renne. Mit der Maus. Ach was. Wui, wui, wui. Ich weiß doch nicht, wo ich danach lang muss. Nachdem ich da so um die Ecke gesprungen bin. Da muss ich dann ganz schnell so einen roten Kreis machen, oder was? Leute, was ist das denn? You cannot double jump in your Parkour-Challenges Und dann hab ich auf mit zu springen, war ein Penner Ja, ne, du kannst, äh... Kannst du hier halt nicht machen Ja, aber ich hab einfach nur wie blöden halt auf springen gedrückt Aua Maa Das ist quasi Adventure Me Blythe gerade mit Christian Alter Und Jay Die da einfach richtig pro drin sind WOLANN! Ich weiß nicht, wo ich da hin muss Ja, ich werde Jayma gaten Ah, jetzt links, rechts Ah, ach da, ooooh, jetzt musste ich mich erst mal drehen Recht finden Du musst schon die ganze Zeit drehen Alter Fuck WOLANGE Jetzt hab ich diesen Kreis da oben gemacht Wo muss ich denn hin? Wenn den Kreis da oben gemacht hast, musst du in Richtung Felswand springen Nein, ich hab den Spruch nicht geschafft, aua Pass auf, wenn du machst hier oben den Kreis Ja Ich bin gerade am lecken Alter Und dann musst du Richtung Felswand springen Leckt nur gerade bei mir so Scheinst so Okay, weil Jay leckt den gerade? Ja, ich versuch einfach mal Ich stehe in der Lava und werde nicht zurückgesetzt Das verstehe ich Ja, ich nämlich auch Sag ich ja, der Server leckt Ich stehe auch in der Lava Oh Mann, hab ich schon wieder Ja, Johnny ist raus Party Leadership Pass 2 2 Ja Also, ich äh Leckt nicht Nein, jetzt für den Scheiß Wie gesagt Server 2 Kommt's aber wieder Boah, scheiße Die Wand an, ey Das können wir mal Christian beobachten Was ist denn hier? Warte, ich muss erstmal in den Weg filmen Wo seid ihr denn? Alter, jetzt bin ich denn hier drin Ne, das geht ja gar nicht Da hinten springt er wieder Jetzt bin ich Ach, scheiße Ich dachte, du bist gerne mit drin Aber nicht so Alter Weiß Ach, komm ab in die Lava Ja, genau Kick for Suspicious Movement Ja, sehr gut Ja, das passiert mir ausständig Da bin ich Lauf zurückgesetzt Das ist halt zum Kotzen Nein! Ach, ich hab dann nicht links in die Ecke Ich bleb da mal hängen Und ich werde immer nur zurückgesetzt Weil ich bin in einem drin, ey Das kannst du doch nicht starten Mir ruckelt Es ruckelt Alter Was ist da los? Ne Atme 3 Wochen gibt's da echt? Der Kuh, der heißt Admiral 23 Weißt du, so ein Haustier Jetzt hab ich das Jetzt aber, komm So 324 Nein! Jetzt, jetzt Ach Christian, in 24 Versuch sind noch gar nichts Wenn du so bei 900 angefangen bist Dann kannst du da Dann kannst du anfangen zu Er ist schon wieder am ruckeln Weißt du Dann gehen wir schon wieder auf den Zeiger Alter, wie schwer ist denn das Ding denn für 4000 dann? Das ist voll schwer Dafür 4000 hab ich sogar schon mal angefangen Ne Ich auch Und ich hab den Ich bin bis zu dem Holzraum gekommen Oh Mann, ey ohne Spaß ich Ich bin bis zur Metalltür gekommen Du bist doch ein Schwätzer, das ist der Hammer Das ist aber nach dem Holzraum erst Also Bram muss sich ein bisschen anstrengen Stimmt nicht Doch Jetzt hab ich den ersten Sprung versaut Nein! 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 Wir machen halt jetzt, Gogo Jetzt, jetzt die Runde läuft Das wär richtig Also Bram würde sich richtig die Blöße geben Wenn einer von uns das schaffen würde Vor Bram, Chris Das schafft aber keiner von uns Nein, das stimmt Nein, das stimmt Mann! Ich hasse diese Kurven-Wichs-Scheiß-Drehung da Mann! Oh, jetzt bin ich ein Christian drin Du musst mit dem Aus machen Hui! Was ist denn jetzt hier? You cannot stop running Ja, du darfst nicht stehen bleiben Ja, hab ich doch auch nicht Doch, da bist du immer hängen geblieben Ich bin halt ständig da oben an der Ecke Da bleibe ich jedes Mal hängen auf zu rennen Und dann ist gut Wo zur fucking Hölle muss ich denn dann oben jetzt weiter Links Ich muss dann so ne links So ne linkskurve machen Jawoll! 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 Oh nice Ich muss ja dir das mal angucken Das kann ja nicht wahr sein Und jetzt bin ich dann zurück Da? Alter Geht nicht Hä? Ey nicht Pass auf Jay Du springst hier den Kreis, ja? Ja Dann bin ich da an dem obersten Ding Genau Und dann springst du Pass auf Wo bist du denn? Ich steh hier auf der Labe Oh lol Kann ich nicht stehen bleiben Dann springst du genau da Unten hin Hier äh Der untere an dem ich gerade stehe Auf den unteren? Da Siehste? Auf den Genau Nein nicht auf den kleinen Sondern auf den der an der Säule hängt Aha Und dann springst du den Kreis nochmal Genau Da muss ich dann da hoch Da hoch Alter Ja sicher Ob ich nichts besseres zu tun hätte Scheint es ja nicht so zu sein Sonst hat er nicht wach Alter Ich bin Ich bin nicht ein Jay Wie Wat 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 Ich meine Ich meine Habt ihr hier noch den Vorteil Nein Ich hab den Sprung nicht geschafft Hier gibt es keinen Fallschaden Ja und Ja Ja Wäre noch besser Ha 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 Nein Jetzt bin ich da Jetzt bin ich da vor gelandet Genau ich hab den Sprung auch nicht geschafft Ich bin auch da vor gelandet Das ist doch scheiße Ja dann seid ihr nicht weit genug gesprungen Scheiße Wer macht denn eigentlich immer dieses Geräusche Von dieser blöde Der Bürger Der Dorfbewohner Ja 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 Der Penner Indie könnte ich den ganzen Tag ranhören Aber irgendwann weißt du, kriegst du so ein Kribbel in der Arme Das ist total schwer Wenn ich das zum tausendsten Mal versuche Und dann Scheiße Da wacht der Hulk in mir Ich will jetzt gleich irgendwas kaputt machen Ha 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 Alter Lächere Sag mich wohl wie sich die beim vermehren anhören die Viecher Ha 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 Nein ich bin schon wieder daneben gesprungen Ach man Ne zu kurz Du bist ja auch daneben Boah Jetzt bin ich gar nicht gesprungen Boah Ha 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 Ach ist das eigentlich wohl Reigesprungen Jetzt sehe ich nichts mehr Jetzt sehe ich nichts mehr Jetzt siehst du nichts mehr Jetzt Was ist das denn jetzt gewesen? Gay Racist ey Was Ich bin Bram Ich spring da wieder drüber Ich habe auch nicht Du machst das auch nur mit uns um dein ego zu pushen Weil er wahrscheinlich in der adventure total scheiße warst in der letzten aufnahme Das stimmt gar nicht Ich sehe gerade dass ich falsch springe wenn du wenn du da oben die ecke gemacht hast Musst du da musst du noch mal so einen linkskreis ach soo So wie johnny das gerade macht habe ich doch noch nicht versucht Okay ich habe versucht direkt da drauf zu springen Das ist ja blöd Was Achso ne ne du musst Wenn du da oben Wenn du da oben auf der ecke bist weißt du wo du an dem balken da hängen bleiben kannst Da wo du jetzt bist Dann bin ich nicht nochmal links gesprungen sondern direkt rechts rüber da kann ich das ja auch gar nicht schaffen Ja du grünes stück scheiße musst du genau loslaufen wenn ich auch loslaufe Was ist das denn jetzt Also ich kann auf jeden fall den nur als chip geben Ich kann den nur als chip geben die ganze strg gedrückt zu halten strg Ja zum sprinten So ich mach mal weh einfach Moment habt ihr da Dorfbewohner stehen und keine Jawas Ich hab da ja was stehen Ich hab das noch nie mit steuerung so gemacht Ich wusste gar nicht dass man mit steuerung rennt Ich mach mal doppel weh Seit patch 1.7 kannst du mit steuerung halten rennen Aha Sehr gut Mal gucken ob das besser ist Jetzt werde ich angewiszt Ja das passt jetzt schon mal Boah Gut dass ich eh nicht antworten kann Dann hab ich kein Zeitzeug Ja der wäre auf jeden fall der perfekte Mitspieler in der Nightmare Ich springe in der Kurve da viel zu weit Das gibt es doch gar nicht Da muss man da aufhören zu rennen Ne du musst wenn du zu weit springst musst du das mit W und A weggalibrieren quasi Ja aber Ich bin rausgesprungen Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Ja jetzt mach Jade Warum musst du das sagen man Ok jetzt mach Jade Ok Interesse man Das hat Jade gemacht ne doch nicht Ok jetzt mach Jade Jetzt mach Jade Alter Ich hab's dir verarschen Jetzt mach Jade Jetzt mach Jade Jetzt mach Jade Boah Oh doch nicht Aber jetzt mach das Ich hab das gewusst Boah Ja du kannst mich ja nicht hauen Viel Spaß Ok Jade mach das Kein Druck Jade Du machst das Du machst das Jawohl Jawohl Oh doch nicht Jetzt hab ich einmal diesen verkackten Sprung geschafft und bin da immer stehen geblieben Oh Jade mach das Jetzt Oh ne doch nicht Jetzt mach Jade Jetzt mach das Boah Guck mal wie Ja doch nicht Jetzt jetzt mach Jade Du willst gar nicht wissen was mir gerade für Schimpfhörter durch den Kopf geht ne Die müssten alle rausgeschmitten werden Du kleiner Pisser Alter Jetzt hat er den Lauf Jetzt Boah ich seht richtig Ich hab überhaupt keinen Lauf Jetzt hat er den Lauf Boah Junge wie er abgeht Boah Junge Jetzt bin ich dann hier wieder unten ey Ich muss auf Was ist das denn Ich komm nie auf diesen scheiß kleinen Vorsprung Ja was ist das denn Was ist das denn überhaupt Weißt du wie den Jay beeinflussen kannst Steck mal mal den Dropbox You were kicked for suspicious movement Ach du dich doch Ja zurecht Neul ich auch Ach am Arsch Ja hatte ich auch schon Maa Hab keinen Bock mehr Ja Sollen wir was anderes machen Ja Deck Moment Joint Server Doch ich will halt jetzt hier noch 5 Minuten Ja sag ich will das wunderschaffen Ja ist doch gut Ich war dann eh 5 Minuten nicht schnapp Ich bin ja nicht mehr bis zur Hälfte gekommen Also Server 2 müsste noch kommen Ah genau Krass 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 Ich lauf schon wieder ey Du hörst dich süß an wie ein kleines Fohlen wenn du Wenn du Geknickt bist Warte jetzt Warte Was denn Ein kleines Fohlen ist ich dachte das kennst du Oh nein ich bin im Tutorial Ich will nicht im Tutorial Ich will nicht im Tutorial Ich will zurück Ich will zurück Ah scheiße Jol Ich bin zurückgesetzt worden Ich auch WTF Okay Wieder auf Server 2 Ich habe keine Server mehr Doch Ich bin auf Server 11 gesetzt worden Okay Du hast du sehr vor mir nun Jetzt mach das Jetzt der Eye of a Tiger Dann kann ich Spiele ausblenden Jetzt sehe ich euch nicht mehr Jetzt kann ich springen Ganz beruhig Wie kannst du hier dann ausblenden? Mit dem Mit dem Ganz rechts mit dem Ja aber nur halt hier Ja hier ist mir das ganz recht gerade Jay macht es jetzt Er jumpt wie ein junger Gott Über die Pimmel der Hölle Landet zwischendurch im Muschisaft des Teufels Und er lässt sich davon nicht beeindrucken Ja! Nein! So weit war ich noch nicht Jetzt aber Denn Jay ist der Bezwinger der Dreieinigkeit im Mutterleib Ja! 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 Oh Scheiße! Weißt du nicht Dreifaltigkeit? Ja! Dreifaltigkeit im Sack heißt das Ja! Ja! Scheiß Kick Ja! Ja! Warum hast du auch suspicious movement? Ja! Vor allem beim zweiten Sprung weißt du Es ist ja nicht so dass das irgendwie so in der Mitte ist Dass du irgendwie abkürzen könntest oder so Nee! Beim zweiten Sprung Timmy einfach Boah ohne Scheiß Ich Ich verbrenne diese blöden Dorfbewohner Nein! Oh! In der nächsten Hack-Hit-Folge ne? Alter! Warum bist du so aggressiv movement? Weil wenn ich das aggressiv mache Ja! Johnny beim Super Mario spielen früher auch mal Wenn er das nicht geschafft hat Ja! Ich glaube auch Irgendwo in die Ecke und Feierabend Ja! Wie kann ich eigentlich stehen bleiben? Super Mario war doch easy Ja! Stehen bleiben kannst du nicht Doch! Ich bin da unten eben stehen geblieben Achso! Ja! Wenn du nicht geschafft hast Boah! Der hat Jay fast gemacht! Mann! Und dann den Sprung da weiter Das ist richtig schwer Ich weiß überhaupt nicht wo ich danach da hin zu bringen Ja! Jetzt hast du genau den Punkt gemerkt Dennis Jetzt weicht Aggression der Resignation Nein! Das sind die fünf Phasen des Todes Ja! Jetzt sind die fünf Phasen der Adventure Map ey Was gibts denn noch für Phasen? Ja die Lustig Phase Und die Scheißegal Phase Und die Ich hab keinen Bock mehr Phase Du hast gerade was von fünf gesagt Ja! Und die Deine Wut und Resignation noch Achso! Boah! Ratlosigkeit Ich spring aber immer wieder Boah! Ich werde gleich zum Super Saiyan Jin Ohne Scheiß Und die Bullshit Phase Ja! Wo lang? Nein! Nein! Das Problem habe ich dann irgendwann auch Ey! Ohne Spaß! Es ruckelt schon wieder! Das ist doch scheiße! Naja! Benutzt Sepp irgendwelche Binden wieder von Dropbox Was ist das denn? Nein! Okay jetzt gucken wir nochmal zu Nein! Okay jetzt mach das Fuck! Boah! Guck mir nicht zu Mann! Okay! Ich muss nicht umbeobachtet sein Boah! Wieso klappt das nämlich nicht? Nein! Ich springe um einen Moment daher Nein! Boah! Es wäre so lustig wenn man hier wie bei so einem Online-Rollenspiel so ein Follow-Mode Boah! Musst du mir zugucken Bram! Ich weiß genau was du mir zuguckst Mann! Ja! Der Bram guckt dir jetzt halt zu Boah! Das ist halt schlecht Leute! Du hast den ersten Sprung verkackt Da! Mann! Ich mute euch nicht Zwei, drei, vier, fünf, sechs Oh! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwöl- Oh! Das sah doch gut aus! Das sah ganz okay aus Der kriegt dafür Insightness, er hat sich stets bemüht Verkack auch immer den zwöl- den dreizehnten Sprung wird verkackt Ich bin wieder gekickt worden von suspicious movement Ja, das ist doch scheiße! Was soll denn das? Jetzt! Ja! Ich hab's geschafft! Bram hast du es rauf? Ja, Lix! Du spielst schon wieder da! Du spielst schon wieder da! Du spielst schon wieder da! Und... Versaut! Jetzt gerade! Ja, ich war schon... Ich war schon im Ziel! Ich versuch da zwei miteinander! Ja, Johnny konnte plötzlich fliegen, das wird total komisch! Ja! Und... Abgang! Und... Abgang! Und... Ich hab's noch keinen Bock sowas! Das... Das ist das längste Projekt, das wir haben! So ein Scheißprojekt, ey! Wie kann man sich denn sowas antun? Das altert sich doch voll! Wir sind wieder in der Aggressionsphase! Musst aber so ein Profil machen! Und... Abgang! Ja, ohne Spaß! Meinst du, meinst du, es gibt irgendwie, äh... Ich werd' nen neuen Beruf erfinden hier! PC... PC- oder Online-Psychologe oder so! Ich war soweit! Ich war soweit! Ich war soweit! Minecraft Adventure Map ist ein Killerspiel! Glaub ich muss meine Studienfach nochmal wechseln und wieder auf Psychologie! Es gibt sogar, äh... Es gibt sogar Medien... Und... Boah, Jay! Nein! Dann bleib ich da hängen! Oh, Jay! Komm schon! Boah, jetzt! Boah, Jay! Mann! Reiß dir doch mal die Arschbacken zusammen, du Affenkopf! Jetzt? Ich selber Affenkopf? Jetzt kommt die Phase, wo er sich selber, äh, hier... Dann ist die Schizophrenie-Phase! Also, ich kann dir ja kurz sagen, Hardys Top-Eigenmotivationsspruch ist los, du Oberhomo! Hahahaha! Ah, nein! Jetzt muss ich... Da hat der tatsächlich schon ganz aufgemacht, komm, Hardys ist der absolute Oberhomo, du schaffst das! Ja, wenigstens, wenigstens auch zu tatsächlich. Wer schafft der das denn dann? Äh, meistens, äh, ja doch ab und zu schon mal. So halbe-halbe. Wo ist denn der absolute Oberhomo eigentlich? Da... Aua! Höh, nein! Ich glaube, der muss gerade Kaka machen. Nein! Nein! Ich glaube, der lässt sich von seinem Hund überlisten. Haha! Der Hund geht mit dem Gassi! Ich glaube auch, fuck! Ich glaube auch, dass der Hund mit dem Gassi geht, nicht umgekehrt. Ja, dann hat der Hund immer so eine Plastiktüte dabei, wo Hardys sein Kaka reinmachen kann. Mann! Weißt du, wenn du dir so vorstellst, dass Hardys mit einer Leine den Hals da irgendwo bei den Nachbarn im Garten hängt, da einfach mal sein Bein hebt und da reinpisst. Ist schon verstörend. Muss ich schon sagen. Ja, ich weiß, dieser blöde Kreis. Ich hab da bei Jonny und Renessa aber schon gesehen, wie er das gemacht hat. Wat? Wo hat der... Bei Jonny und Renessa haben wir das doch alle schon gemacht. Schweine! Am geilsten fand ich, wie wir russisch Eierroulette gespielt haben und dann ein Eier nicht weggemacht haben. Und dann auf dem Boden war und in der Sonne für drei Tage. Das war sehr lecker. Ich hab da zuletzt tatsächlich die Videos gefunden. Ja, ich hab da auch noch welche. Ne, die darf man nicht veröffentlichen. Da ist zu viel Scheiß passiert. Fünf Minuten sind noch nicht um, oder? Doch, eigentlich schon, aber es gab ein Problem. Und nochmal geschafft. Jawohl. Warte... Warte, fünf Minuten Jay? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, der probiert hat er halt jetzt die ganze Zeit. Aber wir sind schon bei einer 23 Minuten Folge. Oder so. Warte, 23 Minuten? Der erste kommt mir vor. Das geht jetzt schon eine halbe Stunde mindestens. Er ist natürlich sehr geschminkt. Natürlich für dich und deine Adventure-Map-Liege. Das hat für dich schon eine halbe Stunde vorkommen. Aua. Voll das geile Deutsch. Ich weiß. Boah Jay, macht das gerade. Nein, ich kann diesen Scheiß-Sprung da nicht. Huiui. Oh. Wuhuhu. Wuhu. 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 Wo wird mir CTG aufgeschafft?